Diese Melodie. Wunderschön. Das ist einfach Star Wars. So, wir müssen mit Meisterin Satil reden. Keine Ahnung, was die von mir will und wer sie ist überhaupt, aber... ...dem Ganzen werden wir jetzt... ...zugrunde gehen. Oder so ähnlich. Auch hübsch hier. Eine Kantine brauchen die Säufer auch noch, oder was? Mensch, 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 Mensch. Die ganzen Jedi verkorksen hier nur. Wo ist sie denn? Hier kann ich nicht rein, oder? Ach hier, ah, okay. Ich bin da. Oh, da ist sie. Hallöchen. Überall im Tempel hört man schon von eurem Helden Mut im Trainingsgelände. Meister Orgus hat mir erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt. Und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Korrekt. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Der irgendwie fragt mich, ob es mir gut geht. Äh, ich bin erschüttert, doch ich stehe. Es tut mir leid, dass es zu Gewalt gekommen ist. Aber ich freue mich, im Leben zu sein. Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat. Ähm, ich bin stark genug zu widerstehen. Ich kann meine Gefühle kontrollieren. Ja. Ganz egal, womit ich konfrontiert werde. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Auslegungssache. Nehmt das hier. Was? Der Kodex ist eine Quelle der Kraft. Aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern... Was habe ich bekommen? Ein Lichtschwert. Das ist ja wunderbar. Warte, das ist kein Lichtschwert. Das ist ein... Übungsklinge. Ach komm, Meisterin, das ist aber nicht nett. Frech. Naja. Es ist, wie es ist, ne? Die, 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 die. Meisterin Kali-Sagenso. Okay. Damn. Hier ist ja richtig was los. Ach, der Jedi-Tempel. Ist schon deutlich angenehmer hier. Kodex-Ding mitnehmen los. Mitnehmen. Zack. Der Hora, der Jedi. Schick, schick, schick. Sehr schick. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Das ist komisch. Dann haben die Sith uns gefunden. Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Im Moment ist das alles noch nicht sicher. Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enthüllt. Hier ist definitiv Dunkelheit. Der Feind, dem ich mich stellte, wollte den Jedi-Orden vernichten. Viel dunkler kann es nicht werden. Na, das hat den Raum jetzt aufgehellt. Mensch, du bist eine Komikerin, oder? Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat. Dies sind Meisterin Kiewigs und ihr äußerst mitteilsamer Padawan Kira. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Es ist bedauerlich, dass wir so weit verstreut sind. In der Tat. Die Sicherheitsstände sind unerwartet gefährlich. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte, wilde. Jetzt nicht mehr. Sie tragen Blaster und sind organisiert wie eine Armee. Wir müssen herausfinden, wieso. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Das bezweifle ich auch. Ein großer Teil Teil sonst ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Was? Wer? Hörgis, ihr habt seit Kursan keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihm. Stärker, als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Gut. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen, um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Ich schone euch. Ey, ganz ruhig. Das wählen wir nicht aus. Wir werden jetzt nicht sagen euch selbst. Damit machen wir nämlich mich sehr unbeliebt bei meinen Meistern. Deswegen sage ich ich auch nicht. Ich betrachte es als Privileg. Bescheid sein. Immer mit der Ruhe. Vor dir liegt eine schwierige Aufgabe. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Statte dich aus. Wir treffen uns dort. Okay. Oh ja. Und so geht die Reise los. Ach, die Musik. Ist das schön. Oder ist das schön. Oh. Ach, diese Melodie. Hier fühle ich mich irgendwie doch wohler als bei den Ziv. Neue Gegenstände. Was ist das hier? Versorgungsschrank. Ja, her damit. Diese verfluchten Ratstreffen. Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass mein Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Wir sind lieber Taten. Was? Wir sind Taten lieber als Worte. Ja, ja. Ich unternehme lieber etwas gegen Probleme, als über sie zu diskutieren. Finde ich auch. Dennoch gibt es Momente, in denen Reden das Richtige ist. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Okay. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Wieso habt ihr mich ausgewählt? Scheinbar hattet ihr seit Jahren keinen Padawan mehr. Wieso wollt ihr mich ausbilden? Als Jedi lernst du, deinen Instinkten zu vertrauen. Das habe ich schon gemerkt. Als ich dich in dieser Höhle getroffen habe, sag mir meine Instinkte. Dass ich dich ausbilden soll. Ich weiß nicht wieso und zu welchem Zweck. Aber die lebendige Macht hat uns aus einem Grund zusammengeführt. Darüber bin ich auch sehr froh. Ich freue mich darauf, von euch zu lernen. Ich rechne damit, dass ich auch von dir lernen kann. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tathun. Twi'lek. Sie kämpfen schon seit Monaten gegen die Fleischräuber. Die Republik hat uns gebeten, den Twi'lek unsere Hilfe zu verweigern. Oh. Sie haben sich illegal angesiedelt, aber ehrlich gesagt, brauchen wir sie. Die Republik ehrt sich auch. Die Republik sollte den Jedi keine Vorschriften machen. Ich habe vergessen, wie beeinflussbar ein Padawan sein kann. Was? Vergiss nicht. Die Jedi existieren, um der Republik zu dienen. Auch wenn wir anderer Meinung sind. Die Twi'lek haben eine Siedlung in den Bergen. Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber wissen. Dann muss ich jetzt gehen. Also, ich sollte dann gehen. Ich bin bereit, wieder hinauszugehen. Gutes zu tun. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Und auch mit dir, Meister. Ach, geil. Und diese Musik die ganze Zeit. Diese Untermalung. Wunderbar, wirklich. So. Also, es passt so viel hier. So geil. Okay. Redet die eigentlich? Ja. Sie redet. Eindeutig. Eindeutig. Moment. Jay Whistler? Whistler. Warum sagt der Name Whistler mir was? Whistler, Whistler, Whistler. Kam der Name in irgendeiner Star Wars Serie vor? Mandalorian vielleicht? Whistler? Whistler? Haus Whistler? Ich weiß nicht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, frische Luft. Ähm, ich bin Stufe 5. Moment mal kurz. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Fähigkeiten. Sprinten ist an. Kann ich schon was leveln? Ich denke mal nicht, ne? Tempelmarkt. Na, ist auch egal. Ich glaube, man kriegt den Gleiter erst bei Stufe 10. Kann das sein? Ach, naja, gut. Ne, das kann nicht sein. Okay, ne, stopp, 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 stopp. Die Minuten hänge ich jetzt dran. Aber ich will wissen, ob ich mich, äh, ob ich schon ein paar Spells lernen kann. Fähigkeiten, Fähigkeiten, Fähigkeiten. Da, Fähigkeiten. Habe ich das schon? Zufälliges Haustier? Nein. Gleiter habe ich scheinbar noch nicht. Warum nichts? Wo ist der oben? Wo kann ich leveln? Hier oben vielleicht? Ne, absolut nicht. Aua. Nichts passiert. Gut. Ähm. Hier muss doch irgendwo ein Dingsgewinn sein. Ja, hier schon mal nicht. Nope. Die sind am Büffeln. Aber euch will ich nicht stören. Lernt mal weiter. Immer schön fleißig sein. So, hier war es. Nein, hier war nur die Kantine. Hey, was? War der echt nicht hier irgendwo? Die, 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 die. Geil. Okay, dann gucken wir bei den Tempelmärkten. Das kann aber nicht sein. Bekommt man echt so spät einen Gleiter? Das ist nicht cool. So. Hier wird doch irgendein Jedi sein, der mich unterrichten kann. Äh, hier rein. Nope. Gesperrt. Hier ist offen. Waffenhändler. Ne, das ist scheiße. Ich brauche keine Waffe. Also jetzt gerade nicht. Noch nicht. Händler Leichtenrüstung. Waren die doch oben? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich verschwemme wieder so viel Zeit. Hier ist auch nur ein Lehrer. Ich gucke nochmal nach oben. Was soll's. Was soll's, was soll's, was soll's. Weil ich muss ja eh wissen, wo der Typ ist, der, bei dem ich leveln kann. Vielleicht steht der hier irgendwo. Ich bin ganz lange genug in den Wäldern versteckt. Ja. Ey, was, wieso verstecken? Das ist doch ein wunderschöner Tempel hier. Verstecken, das weiß ich nicht. So, wer, aha. Da ist er doch für mich. Gleiter, Anvigationstrainer. Oh, bitte geht das schon? Geht das schon? Nein, das geht noch nicht. Warum geht das noch nicht? Oh, okay, also Stufe 10. Okay, okay, gut, dann müssen wir noch warten. Aua. Ach, ein bisschen Schaden, kein Problem. Gar kein Problem. Was macht der Springer? Wollen wir kurz gucken. Zurechtweisen, reduziert jeglicher Erlebnisse Schaden. Ui, das muss ich mir merken. Und vier, Machtschwung. Betäubt zu dem Schwach. Okay. Also drei und vier ist dann quasi, ich spring nicht an. Gut, gut. Muss ich da echt hinlaufen jetzt? Oder kann ich da schnell reisen? Jawohl. Den Gleiter benutzen. Wunderschön. Ach du Ide, laber mich nicht zu hier. Mann. Tython, Dorf Kalikori. Okay. Hübscher Name. Ihr könnt es mich jetzt hier rauslassen. Wunderbar. Direkt um die Ecke. Sehr schön.